So, hallo Leute und herzlich willkommen bei The Binding of Isaac Rebirth. Wir waren die letzten Male einfach mal ein bisschen mit Isaac unterwegs, doch ich dachte mal, auf Dauer wird das langweilig. Und an The Lost will ich mich eigentlich eher, wenn im Livestream dran waren, deswegen werden wir einfach mal... Oh, mit wem spielen wir denn? Mit Samson? Letztes Mal hatten wir schon so ein bisschen so ein Samson Run. Sondern ich würde sagen, Judas, Cain. Cain! Cain war früher mein Liebling, als er noch Pillenglück hatte. Pillenglück war bestes Glück. Aber jetzt hat er das ja leider nicht mehr. Wir haben jetzt nur noch den Lucky Foot, aber der hat ja ein bisschen andere Sachen. Der macht nur noch Glück, so viel ich weiß. Aber so mag ich Cain eigentlich sehr, deswegen... Wo machen die keine? Doch, die machen Geräusche, ne? Ich muss gleich mal auf die Sound-Einstellungen gucken. Nicht, dass ihr den Sound gar nicht hört, weil... Livestream, leise und so. Ich weiß gar nicht, ich hab keine Ahnung. Ich find's gerade auf meinen Ohren ziemlich leise, aber... Das kann auch nur täuschen, ne? Wir machen mal... Überall eins lauter. Nur weil ich einfach so das Gefühl habe, dass es super leise ist. Und Mirror Tears. Äh, Boomerang Tears meine ich doch. My Reflection. Ist auch Mirror Tears? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich spiele ja in letzter Zeit ein bisschen weniger als Hack. Ich hab so ein paar Sachen, die ich momentan streame. Einmal davon ist zum Beispiel auch Ori. Das hab ich gestern angefangen als Projekt. Ich weiß nicht, inwiefern ich's schaffe, mal regelmäßig zu streamen. Besonders momentan bei unserem geilen Internet hier. Aber eigentlich, falls ihr mir auf Twitter nicht folgt, tut es einfach, weil es lohnt sich. Weil ich bin dann so am Streamen und erzählen und... Das ist auch manchmal so ein paar Stunden am Samstag. Oder ich bin mal zu Gast bei jemandem im Streamen, je nachdem. Ähm... Einfach mal auf Twitter folgen. Ich poste es eigentlich da immer, wenn ich irgendwo grad unterwegs bin. Und, ähm... Am Mitquatschen bin. Und darunter fällt dann halt auch mal sowas wie Dragon Ball und mal The Binding of Isaac. Je nachdem halt. Auf was halt grad so Lust besteht. Was die Leute gucken wollen. Gestern hatte ich auch ne kurze Runde Cities. Äh, da hab ich auch ne schöne, schöne Stadt gebaut. Die ist super hübsch geworden. Eine hübsche Stadt. Und, ja. Deswegen, einfach mal Bescheid geben, falls ihr Lust habt. Könnt ihr auch mal was in den Comments dazu schreiben. Oh nein, sie fragt nach keinen Kommentaren. Ich bin... Äh... Überfordert. Wollte ich sagen. Ne, ähm... Wär schön. Wär schön. Und ja, da natürlich dann auch mit Webcam und so. Und je nachdem, wie's halt passt. Und ab und zu hört man auch den lieben Buttercake im Hintergrund. Wie er... Äh... Sich über... Sein Game aufregt, meistens. Ja, und, ähm... So... Weiß nicht, was ich erzählen soll, wenn ich eigentlich ehrlich bin. Ich hab gestern erst ne Folge Isaac aufgenommen. Und Isaac ist ja so ein Spiel, da sollte man am besten ständig reden. Und wenn man nicht gerade so ein Gronkh ist oder ein Holly LP, das hab ich schon tausendmal gesagt, dann kann man nicht so reden wie so ein Buch die ganze Zeit. Sondern irgendwann, so spätestens nach 30 Minuten hat man dieses... Äh... Ähm... Ich find's gut, dass ich nicht so ein Mensch bin, der so viel redet. Obwohl ich das auch kann. Aber ich brauch halt meistens irgendeinen Themenanschlag. So, so... Hier, hey! Du! Lass uns doch jetzt mal über das und das Thema reden. Wenn dieses Thema jetzt nicht gerade, äh, die neueste Politik-Sache ist, äh, die so in den Nachrichten kommt, kann ich sogar vielleicht mitreden. Weil das ist dann auch so. Es muss natürlich auch ein Thema sein, das mich interessiert, wenn es jetzt... Politik... Gut, ist auch ab und zu mal drin, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber meistens halt so Richtung Gaming und, äh... Was weiß ich, Freizeitparks, Gamescom-Zeugs. Interessiert mich eigentlich fast alles. Ich werde vielleicht auch zu Gamescom gehen, wenn's so wie's aussieht. Ich brauch eigentlich nur noch einen Schlafplatz. So ist die momentane Lage. Wenn ich die irgendeine... Wenn ich den irgendwann habe, werde ich alle vier Tage hoffentlich dort sein. Was sehr awesome wäre. Also ich bin... Hab's mir schon vorgemerkt, wahrscheinlich... Oder so wie's aussieht, ohne Buttercake. Ähm... Keine Lust und so. Aber ich kann ihn nicht zwingen und mag ich auch nicht und... Ja... Deswegen... Full half. Super. Du mich auch. Okay, und nächste Ebene. Und ich muss sagen, ich bin hier reingekommen, hab mich an den PC gesetzt. Ich hab momentan Schule. Und ich seh so fucking klein aus in dem Bild. Ähm... Und ich hab sogar noch meine Turnschuhe an. Also ich... War nur kurz im Bad. Mir gedacht, ja, Haare-Cam mag wenigstens mal sein, damit du nicht ganz so scheiße aussiehst. Und... Hab mich dann ans Aufs Nehmen gemacht. Rausgekommen sind zwei Folgen Tomb Raider und jetzt die dritte Folge. Hier ist Isaac, was ich gerade aufnehme. Und wenn ich schon mal so'n... So'n Lauf habe... Dann hab ich ne, ne? Ich weiß gar nicht, was ich hier für einen Quatsch erzähle, Leute. Aber ist mir egal. Ihr könnt mir ja zuhören. Vielleicht denken, oh man, ist die blöd. Denk ich mir öfter mal bei mir, aber... So ist es halt. Oh, den mag ich. Wow. Ich mag dich. Ich mag dich. Du magst mich. Bist schon. Dies Lied, das ist aus irgendeiner Serie, glaube ich, oder? Weiß auch nicht. Was ist das mit diesem Dino vielleicht? Dieses Barney-Dingsbums? König mir gut vorstellen. Wenn ich da so'n Ohrworn von hab, weil ich da jetzt ein Bild davon gesehen hab. Und dachte, äh stimmt, da gab's ja diesen vollgekifften Dino, der da solche Liedchen gesungen hat. Ja, es gibt Sachen. Da fragt man sich, warum ist das eigentlich damals gelaufen? Man wird es nie verstehen. Man wird es nie verstehen. Trotzdem ist es da gewesen. Und ich suchte in letzter Zeit Digimon. Digimon gibt's auf Amazon Prime. Ich hab mich so gefreut. Und hatte einfach nur... Oh ja, Digimon! Ist die... Erste Staffel oder zweite? Das überlege ich gerade. Ne, die erste Staffel Digimon. Und ja, ich war sehr glücklich darüber, dass es die gibt. Mit vollen Herzen krieg ich, glaub, blaue Herzen, ne? Bin mir aber nicht mehr sicher. Oh, und hier geht's in Schwarzmarkt. Uh, wie böse ist das denn? Oh! Oh mein Gott! Leute! More options. Weiß zwar auch noch nicht so richtig, aber... Ich fand es gerade so verlockend. Jetzt habe ich volles Leben. Wenn ich jetzt da hingehe... Nee, das geht nicht, ne? Irgendwie war da was. Ich kann es nur nicht mehr zuordnen, wie das war. Options heißt ja, ich bekomme jetzt zwei Optionen beim Boss, auf die ich mich berufen kann. Und ich freue mich schon sehr drauf. Au. Ich hätte ja das Ende sein können, ne? Wow. Einfach so... Pumsa Ki. Oh nein. Wollte denn sowas haben? Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war. Ich hätte gerne einen blauen Stein vielleicht. Oder... Blaues Herz habe ich gerade gedacht. Aber da hatte ich... Spiel gedacht. Nöp. Jeder, nur nicht du. Wir gucken mal, ob wir zu Boss finden. So. Heute hatte ich auch so einen super spannenden Schultag. der daraus bestand. Ähm... Ja, was soll man sagen? Ich hatte... Chemie. Was hatte ich noch? Alter, was macht ihr? What the fuck? Shit. Okay. Das war nicht so vom Vorteil, ne? Wir restarten einfach mal und gucken mal, was es wird, ne? Scheiße. Wow, hasse ich das. Okay. Immaginary Friends. Oh, Damage Up. What the fuck? Okay. Der Run lässt sich sehen. Der andere wäre auch gut gewesen. Ich habe zwar das, äh, Herz eingetauscht. Aber es hätte werden können, wenn ich mich ein bisschen angestrengt hätte. Irgendwie. Oder nicht so doof gerade gestorben wäre. Eigentlich, ich bin, ich bin eh so ein Mensch, der sich, ja, von solchen Sachen treffen lässt. Deswegen wundere ich mich gerade, dass ich das überhaupt so gemacht habe, wie ich es getan habe. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich habe so dumme Sachen gerade gemacht. Einfach nur. Wow. Ich mache gerade wieder dumme Sachen, muss ich sagen, übrigens. Au. Ja. Und gleich bin ich wieder tot, weil einfach lauter Champion-Gegner. Der explodiert, ne? Also, nicht so. Der hat in so einem Schuss. Okay, oder auch doch nicht. Der lila, ne, hier? Ne, auch nicht. Ich bin so ein bisschen Unglückspilz gerade. Unglückspilz? Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, wow. Das wären einfach 3, 10, 35 Fades. Das ist ja fast ein The Lost Run. Und ich wollte mich bei Holly bewerben. Wie peinlich wäre das gewesen? Bean. Ach, du Kacke. Ah, ha, 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 ha. Du mich auch, Schmied, du mich auch. So, einfach sagen wieder mal, dass du mich jetzt gerade hasst. Hä? Hä? Okay, jetzt ist es komplett raus. Jetzt habe ich zweimal verloren. Zweimal so dumm, dass ich das Spiel denke. Ja. Genau. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ist egal. Oh mein Gott. Bitte. Lass mich noch wenigstens den Boss hinkriegen. Ist ja sehr traurig, was ich da gerade tue. Oh, Purity. Purity. Ist Purity nicht dieses? Meine Fresse, ich weiß es nicht. Was ist Purity nochmal? No idea, mister. Komm, Mr. Monstro. Die. Die, motherfucking. Monstro, die. Ah, bitte. Danke. Bitte, danke, bitte, danke. Was ist das? Tearshot speed up. Okay. Das wird ja was, ey. Na gut, weiter geht's. Ja. Nichts besseres zu tun, als mit euch rumzuschlagen. Oh, danke. Wow. Halbes Herz. Ich kann ganze dreimal getroffen werden, liebe Leute. Oder ganze... Nee, ganze zweimal getroffen werden. Oder ganze einmal, wenn da ein Champion-Gegner kommt. Juhu. Party. Oh, oh, oh. Hm. Meine Güte. Sia. Oh, du Kacke. Das fängt an, zwei Goldräume, ne? Die könntest du... Würde ich am liebsten schon in den Müll werfen. Zwei Goldräume. Ah, okay. Aber wieder. Oh, sie töten sich selbst. Die Liebe. Wie süß. Na komm, sterbt. Schön wär auch ne Bombe. Aber... Das wird glaub ich nix. Bombe-Reno. Was ist das eigentlich? Ist kein Mensch. Purity. Ach so, ein Herz. Ah, okay. Für eine Ebene oder für... Äh, für einen Raum, oder? Dauerhaft. Also ist ja ein blaues Herz. Soviel dazu. Fuck. Müssen wir merken, was Purity ist. Aber fürs nächste Mal. Au. Okay. Kann man sich auch töten? Hm. XL-Ebene? Nee. So, gleich. Ein blaues Herz. Keine Idee. Keine, äh, kein Bock meine ich. Keine Idee. Das Herz hat keine Idee. Hä? Was lauert so? Ach, weißt du, was ich meine? Nein. Ich weiß es nicht, was du meinst. Ach so, könnten Gespräche mit mir aufla... Äh, laufen manchmal Gespräche mit mir auf. Das war schon von Kuchenbacken auf Arschbacken und dann versteht mich keiner, was ich gemeint habe und dann bin ich total verwirrt und... Ah. So ungefähr. Oh, noch ne blaue Bombe wollte ich sagen. Hä? Okay, komm. Einfach, einfach nicht mehr reden am besten. Ich mach jetzt nur noch... Wie das halt Let's Player so machen, müssen gar nichts sagen. Oh, The Rock. Yes. Das könnte auch ein guter Run werden. Ich krieg was, was mir hilft. Wir haben auch noch ein blauer Stein, ne? Da oben, ja. War auch mit, natürlich. Ja, ein blaues Herz. Und das wird so eine lange Folge, weil ich einfach... doof bin. Und das wird so eine lange Folge. Und das wird so eine lange Folge. Tuck, 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 tuck. So, und hab hier oben und runter in die nächste Ebene. Wurde zwar nicht getroffen, aber es ist ja dem Spiel immer wieder kackegal, ne? Wird ja sagen... Ja, komm. Ah, meine Güte. Und einmal läuft's, ne? Wollte ich erst sagen, sagte sie und dann nahm sie eine Pille, die alles wieder versaute, aber... hatte Glück. Dass die Pille mal ausnahmsweise nicht gleich alles versaute. Oh, jetzt klingelt's natürlich. Wieso das? Nicht zu Hause. Keine Zeit. Au. Ich wusste doch nicht, wer das sein sollte, jetzt um die Uhrzeit. Ey, halt auf! Meine Güte. Ich höre euch nicht. Kommt aber kein Paket, oder? Weiß es nicht. Ja, relativ gerade. Wow. Jetzt werde ich sterben. Ne, doch nicht. Okay. Dann nicht sterben. Juhu. Ich hatte den Goldraum? Ich hab noch keinen Goldraum. Was? Ich hatte noch keinen Goldraum? Hm. Okay. Wo ist der? Wo ist dieser fucking Goldraum? Wah. Scheiße. Das ist auch ein sehr gemeiner Raum, finde ich. Einfach so... Ah. So mies. Okay. Warte mal, war das ein blauer... Oben ist blauer Stein. Ich wollte gerade sagen, irgendeiner sah anders aus als der Rest. Und Timmy's Head. Wie war das mit? Könnte ganz praktisch sein, vielleicht. Gucken. Weißt du, ich krieg ein anderes Leertasten-Item. Das hat Boom gemacht. So, gehen wir doch mal da rein. Oh, more options. Bitte. Gib mir dies. Ich will das haben. Fuck. Oh, man. Keine Güte. So. Okay. Was ist das? Ach, das ist der Goldraum. Okay. Ich war mir nicht sicher, ob es der Geheimraum oder Goldraum ist. Deswegen hab ich es eigentlich eingesetzt, aber... Eigentlich... Scheiße. Ich will die nächste Ebene nutzen können. Aber da war es zu spät. War ich da nach oben schon weg? Ja, war ich. Okay. Okay, okay, okay. Okay, dann... Gehen wir jetzt da rein. Machen Gür die Junior. Wow. Jetzt hast du ein Navi auf dem Hals, du. Okay, Koffeinpille. Mh. Komm, wir probieren es einfach mal. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das das bringt, ne? Da lag ne Pille. Wo kommt die Pille her? Ah! Wo kam diese Pille her? Oh. Könnte gut sein. Doch, schlecht. Wanns nimmt noch? Boah. Okay, Krampus Rage. Hilf mir da ein bisschen mehr, glaube ich. Oh. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich hätte zwei HP Ups werden können. Ah. Meine Güte. Das war echt dumm. Meine Güte. Ich hätte mir drei Leben wieder gehabt, dann wäre es... Ach, denkt man lieber nicht drüber nach. Super. Was macht das? Ach. Wow. Ich muss mich gerade konzentrieren. Tut mir leid, Leute. Ich will das eine Herz-Kontinue eigentlich nicht verlieren. Ich will das nicht verlieren. Ich ehrlich... Ach du. Okay, ich werde es verlieren. Fuck, ey. So, du. Ja. Jetzt werde ich da jetzt mit einem halben Herz durchkommen. Im Leben. Boah. Fuck. Fuck. Okay. Bitte sterben. Bitte. Schnell. Mein Gott. Boah. Aber wenn jetzt ein Champion-Gegner kommt ohne Sex. Alles rerollen. Das ist ja so gut. Ich weiß nicht, ob es gut war. Okay. Es geht, glaube ich. Wo ich sehr langsam schieße und sehr langsam bin. Ach, so gut. Okay. 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 Das war nicht so gut. Fuck. Bringt diese Würfelrolle auch eigentlich mal einmal, dass es gut wird? Sogar das Gefühl? Nein. Eigentlich nicht. So ein Scheiß. Was ist denn los? Was ist denn los? Das habe ich alles? Ich habe Samson's Rage auf jeden Fall mal wieder. Das muss mich deswegen auch schön treffen, wahrscheinlich. Hä? Okay. Der Goldraum ist da hinten dran. Ich dachte, wieso bin ich jetzt so klein. Ich habe es gecheckt. Ich habe es gecheckt, dass es daran liegt. An diesem Pilzchen. Richtig mies. So. so schlecht gerade hier können wir noch sagen kann ich aber noch eins einsetzen hier 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 ich weiß nicht ob es mir das gefällt hier komisch ich bin ich tot, weil ich doof bin was mach ich nur heute also ein Tomb Raider ist nicht so schlecht gelaufen aber hier ist ja Chaos gerade 28 Münzen ok, Herzen halten, also ich hab ach so, ja, ich hab Maggies Bau, ok das erklärt einiges ich bin müde nein, ich bin müde nein, bin ich hier super schwach, ne ok ok ich nur guck, ob hier irgendwas gescheitert ist ok, nochmals ist da oh, jetzt hab ich schluck auf ach, du Gack du Gack nein nein fuck ich bin so lahm ok, noch unten muss ich das mach ich ich seh noch was die Kapsel macht ok es ist mir egal, Leute es tut mir leid guck mal ob ich hier irgendwas gescheites finde nö meine Güte meine Güte ich bin so langsam einfach nur das stört mich richtig ich spiele ich tristens auf, äh, Moms Ebene das ist eh nix so sterbt ok, jetzt könnte es ich weiß nicht ich weiß nicht, was ich von dem Run-Bestids halten soll irgendwie ist der kacke irgendwie wenn so wär, wär cool dann wär ich schnell genug zum, äh, ausweichen und irgendwie wärs dann viel besser so auch noch nicht kann ich mir noch nix darunter vorstellen, was das hier werden soll so ich bin irgendwie so langsam und überhaupt nicht meins gerade sonst ist der Run vielleicht ja ganz cool, aber so lahm nervt einfach nur so ja, ich bin auch verwirrt oh, ich bin auch verwirrt oh, ich bin auch verwirrt oh, ich bin auch verwirrt ok, es ist irgendwie ich hätte das Herz mitnehmen können ja, alles kackegal grad wir gehen einfach auf auf ah, ok ok ok, auf Risiko wollte ich sagen ich bin ja auf ein bisschen viel Risiko ah, fuck ja, da war ich da ein Herz ah, fuck fuck wo es eigentlich schlau ist, sich ja so treffen zu lassen aber nicht, wenn ich so viel naja, oh ok wisst schon, was ist das? Mystery Zack da kommt irgendwas Mission, der Ries fuck, 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 fuck Stein? schon wieder? ach, kann man den dann doppelt finden? das wusste ich nicht hm fuck mal das nehmen das, was immer es auch ist Team Sale ja, so vielleicht die 6 Münzen da rein hm weiß nicht, was es werden soll irgendwie kein guter Run hm zu langsam zu langsam zu langsam das gefällt mir nicht zu langsam so langsam so langsam wie ist denn da? wo ist denn da? stirb okay so und die ja die 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 Oh, ich hab das Feuer nicht gesehen! Scheiße! Oh nein! Oh mein Gott! Das wird übel. Was mach ich denn? Falsche Karte ist egal. Ihr alles versaut gerade. Okay, jetzt hab ich Guppi. Scheiße. Dass jetzt noch was rettet, ich bin mir nicht sicher. Klar, wir machen jetzt ein bisschen geilen Damage. Aber wir müssen trotzdem erst mal so weit kommen. Weil mit dem Leben geht's ja... Also ich hab zwar jetzt Karpi, aber... Dann gehen wir da lang. Dann waren wir schon. Mir gefällt es nicht und die Folge ist schon so lang, dass ich sie wahrscheinlich belieden werde. Und zwar mach ich das jetzt auch. Ich würd sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei The Binding of Isaac. Bis dahin. Ciao.